Meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, jawohl und herzlich willkommen hier vor der Kamera und hinterm Mikrofonchen, euer René und wir befinden uns heute schon wieder mal am Dienstagnachmittag und am Dienstagnachmittag haben wir schon seit einigen Channel ein Projekt am Laufen, nämlich Production Line, den Autofabriksaufbausimulator und wir wollen natürlich herausfinden, wie was wann jetzt hier ist, ob wir jetzt mit den SUVs, die wir beim letzten Mal oder die ich hier beim letzten Mal hier vom Stapel gelaufen habe lassen, hier auch an Kohle rankommen, aber zuerst schauen wir sich das hier mal an. Hier habe ich Autos am laufenden Band stehen, das sind alles die Mid-Range Autos, preislich gesehen schauen wir uns das natürlich auch an, so Buggy Car ist klar, medium, Mid-Range, compact, sollte auch dann so weit sein. Also beim Sedan würde ich sagen, dass wir da mal ein bisschen hochschrauben, Automatic Windscreen kommt auf jeden Fall mal hier rein. Hier ist sowieso auch schon drinnen, NK Music müssen wir sowieso auch schon längst einbauen. Ah, das Powersteering, na das nehmen wir halt auch mit rein schauen, ne. Vom Sun Rufen würde ich sie jetzt noch vorschlagen, dass wir das noch lassen, ne. Weil sonst müssen wir ja da bald was anderes ändern, haben wir beim Mid-Range alles, ne. Alles ist benötigt, ne. Schaut ganz gut aus. Auch schaut sehr gut aus. Hammer alles. Hammer alles, ne. Beim kompakten, beim kompakten, ne. Central Logic habe ich da noch nicht installiert. Installieren wir das aber gleich noch, ne. Elektrik Windows, ja können wir auch noch installieren, den hier. Ach warum nicht, ne. Wird sowieso universal. Beim SUV, beim normalen, ne. Wie gesagt, ne, die total abgeheizten, die lassen wir auch noch, ne. Die wollen wir dann natürlich hier in der Luxus-Variante alles eingebaut haben. Und bestatten Sun Ruf habe ich hier das Panoramic Sun Ruf installiert, selbstverständlicherweise, ne. Jo, dann schauen wir mal, ne. Ob das hier funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder, ob es hier ein Problem hat. Was bist denn du, Werner? Du bist ein Sedan M. Sedan M's werden mir nicht wirklich verkauft. Dann gehen wir runter mit dem Preis. Auf 40%. Dann gehen wir runter mit dem Preis. Aha. Dann machen wir mal. Dann machen wir mal eine schöne Summe mit 30% hier. So. Da haben wir jetzt eine Fortschrittsanzeige formende Forschung, was auch sehr gut ist und sehr schön. Und ich glaube, beim Sedan M muss ich hier noch herunterschrauben. So. Beim SUV kann man auch mal kurz herunterschrauben. gehen. Dann müssen wir schon wieder mal Preise herunterschrauben. Dann machen wir mal auf 70%. Und beim LX kann man auch noch unterschrauben gehen. Ich glaube, das ist eindeutig zu teuer hier. Prozentmäßig. Expensive. 250. Lassen wir das einmal so. Mal schauen, was sich hier verkauft oder was sich hier nicht verkauft. Jetzt verkauft sich da mal einiges. Das ist ja nicht einmal so schlecht. Das kann ruhig ein bisschen runter. Ah. Market ist was Neues. Ich habe noch nicht das DevBlog gesehen. Aber dass wir da mal einen Market einschauen können. This screen shows you a breakdown of the market demand for each combination of car. Body style and price category. Green boxes show market segments where you have cars on sale. Others are markets you have not yet broken in two. You cannot sell cars to everyone until you have car models that fill away combination of style and budget. Okay. Das heißt für uns, wir gehen mal in die Planungen. Yeah. Wir gehen jetzt hier in das Marketing Segment rein. Wir schauen uns an, was müssten wir tun oder was muss ich tun, damit ich überall mitspiele. Und wie man hier sieht, vom Compactwagen habe ich momentan nur das niedrigste, das Budget. Kein Midrange, kein Expensive und auch kein Luxury Model. Vom Sedan habe ich nur Budget und Midrange, vom SUV den Expensive und den Luxury. Okay. Das, was wir jetzt machen könnten, wäre selbstverständlicherweise in jeder dieser Preiskategorien ein Modell rauszubringen. Ja. 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 Noch mehr produzieren oder was? Ja. Meiner Meinung nach würde ich ja das auch gerne so machen wollen. Allerdings weiß ich ganz genau, komme ich hier wahrscheinlich kräftig ins Bestrudeln. Ich würde vorschlagen, ich werde hier das hier komplett alles umbauen gehen und ausbauen gehen. Also, ich gehe mal da, einmal alles hier rausnehmen, gehe mir da den Sedan reinholen mit einem Modell. So. Wie schaut es hier mit den Videos aus? Ja, die sind ganz normal. So, Sedan und Sedan M wird mir von dieser Station mal losgelassen. Ich meine, wir können derzeit dann später noch immer so umbauen, dass ich hier noch hin mehr machen möchte. Und preislich gesehen kann ich es mir schon mal leisten, dass ich hier mal die Excels hier wieder raushole. Machen wir hier noch ein paar Bräusch für die kompakten und für die, genau, für die kompakten und für die SUVs. Und jetzt eine eigene Strecke hier versuchen mit aufzubauen. Bedungung liegt auf Versuchen. Dann Dann Ich 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 ob funktionieren oder nicht da brauche ich noch die Conveyor und ich würde vorschlagen ich werde da oben gleich mal ein bisschen mit ausbauen gehen für den Anfang das hier ist die Body Gel weil sonst werde ich hier zu kleinen Problemchen kommen und ich weiß ganz genau was sich hier manche denken werden der Drottel der macht da gerade einen riesen verdammten Blödsinn das war der Bremdater dann haben wir da den Arches dann haben wir da das Wind nach dem Wind kommt der Ruf nach dem Ruf kommen die Doors und das hier aber bitte aufgesplittert nach dem Duors kommen noch der Windows und die Außenspiegel bitte schon das müssen wir natürlich jetzt auch noch alles mit anschließen war jetzt so nicht geplant schließen wir mal alles nach der Reihe an das wir da auch Material und das alles zugefügt bekommen ja und gehen hier einmal hier aufs Breton hier zusammen holen und hier aufs Plöttern dann gehe ich es hier noch zusammen holen wieder so damit sich die Fahrzeuge mehr oder weniger selbst aussuchen dürfen und können wo sie denn jetzt reinfallen an der nächsten freien Station fahren wir da einmal hinein so 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 und hier geht es raus da das gleiche System hier oben das gleiche System hier oben in die andere Richtung umgedreht so 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 damit hier auch alles schön äh funktional able ist Functionable und dann hoffe ich mal dass ich hier nichts vergisse und wenn sich hier einmal was staut dann staut er sich wenigstens nicht gleich komplett und hier und hier bohre ich nur noch raus und darüber und damit hier auch das produziert wird was ich möchte nehmen wir da einmal den SUV und den SUV LX mit einmal mit einmal mit einmal und hier rüber gehen wir noch ändern auf den Kompaktwagen nochmal und dann schauen wir sich das ganze mal an so 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 jetzt jetzt erst alle angeliefert und da habe ich vergießen eine Verbindung reinzusetzen auch typischerweise. So jetzt haben wir da schon mal eine größere Fabrik die sich aber hoffentlich noch verköschen und dann können wir natürlich auch auf die Planungen zugehen wie schaut es jetzt da aus ich würde vorschlagen wenn schon dann steigen wir so richtig ein ins geschäft decken wir mal alle Möglichkeiten ab die es gibt. Wenn wir das hier nehmen und umbenennen auf ZDONE X dann gehen wir da rauf auf den Expansive Preis. Wenn ihr den da mal findet lassen wir mal oben auf 70%. Schauen wir sich das einmal an. Wir geben die Air Conditioning, Anti-Lock Prams, Automatic Wides, Windscreen Wipers, Auto Steer Headlights, Bluetooth lassen wir mal noch draußen, Car-Alarm kommt rein, Central-Lock String, Cruise Control. Gehen wir halt auch schon rein. Driver, Airbag geben wir auf jeden Fall rein. Das müssen wir rein geben. Keyless Entry können wir schon ruhig rein geben. Leather Interieur würde ich noch nicht rein geben wollen. Panoramix Sunroof würde ich noch nicht rein geben wollen. Passenger Airbag, Power Steering, muss rein, Sunroof. Nehmen wir das Binary Max Anruf für den teuren Wagen. Die Tire Precious Sensors würde ich noch nicht rein geben wollen. Was haben wir denn da jetzt noch die gelben, alles was hellgrün ist, würde ich nicht rein geben wollen, wenn ich ehrlich sein soll. Sunroof. Der soll eigentlich mit Range sein, Expansive sein, meine ich. Gehen wir denen auch das Panoramix anrufen. Gehen wir auf 80% und da bin ich auf Mid-Range. Wieso bin ich auf Mid-Range? Sicherheitshalber machen wir das so rum. Leather Interieur werde ich rein geben. Das nicht, das auch nicht, auch nicht. Da habe ich das Panoramix Sunroof reingegeben, aber ich könnte auch das Sunroof reingeben, weil das wäre schon rot. Wofür entscheide ich mich? Fürs Panoramix. So. Dann erhält man das einmal so weit. Und dann würde noch der LX fehlen. Den LX hätte ich ja sogar noch drinnen gehabt, aber bitte. Dann machen wir den LX mit sämtlichen Auswahlmöglichkeiten hier. Mit allem, was man da einbauen kann, bis auf das Sunroof, weil das soll ja mit dem Panoramix Sunroof abgedeckt sein. Und jetzt habe ich mich gerade verglückselt beim Remix anruf, so. Und den geben wir da hoch auf Luxury. So. Machen wir das einmal so. Da start. So. Dann können wir in der Zidane Family reinhauen. Den X einmal und den LX einmal. Dann decke ich rein theoretisch vom Zidane einmal alle Varianten ab. Alle Budget Varianten werden hier abgedeckt. Und da sieht man auch, was jetzt da so verkauft wird und was nicht. Kundenanzahlen sieht man schon, was ich super finde. Man sieht ja da wirklich alles. Hier sieht man Kundenanzahlen. Wie viele Kunden gibt es für dieses Modell? Fürs Budget gibt es 21 Kunden. Wenn ich jetzt alle 21 Kunden zu mir bringen möchte, müsste ich jetzt das Budget wagen ziemlich erhöhen. Oder sind das meine Kunden gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen hier plötzlich die ganzen Modelle wieder weg. Bis auf das hier wahrscheinlich. Das ist klar jetzt. Preiskontrolle, Midrange, Budget, Expensive und Luxury. Kontrolle hier, ob hier alles passen wird. Momentan, es geht schon wieder mehr. Man sieht hier ein bisschen mehr los. Da fängt es sich ein bisschen leicht an zu stauen. Hier wird die nächste gleich wieder angefahren, wie man sieht. Und sobald sie schön langsam rauen. Es geht aber voran hier. Es ist hier noch nicht der definitiv große Stau, wie wir ihn schon mal erlebt haben in dem Spiel. Und genau der wird mir kaum verkauft. Da muss ich mal kurz runter, dass ich den hier mal los werde. So jetzt habe ich ihn los. Jetzt kann ich da den Preis wieder Midrange setzen. Und alles was Hellgrün unterlegt ist, wird mir hier reingeschmissen. Alles was gelb ist, wird mir da reingeschmissen in den Expensive. Und alles andere wird mir auf jeden Fall in den Luxuriösen reingeschmissen. Bis auf Standardsachen halt. Standardsachen ganz klar. Air Conditioning. Air Conditioning gehört bei einem Expensive Auto unbedingt dazu. Bei einem Basic Car kann man es vergessen. Da muss man es nicht, da braucht man es nicht. In einem Midrange? Ja, warum nicht? In einem Mittelklassewagen? So Air Conditioning ist auf jeden Fall schon mit dabei. Wie schaut es eigentlich sonst mit der ganzen Procedure aus? Wir sind eigentlich mit der Forschung hier ganz gut im Rennen. Es hat uns da noch keiner so weiter vorangeforscht. Was uns natürlich dazu bringt, dass wir hier in der Technologie dann in der nächsten Folge dann schauen werden, dass wir da mit der Technologie wieder einen Zahn zulegen. Für unsere Luxusserie natürlich. Wir wollen unsere Luxusserie auf hohem Niveau haben mit 100.000 verschiedene andere Sachen. Und das bringt uns hier unsere Technologie. Und wie gesagt, wie es hier in der Technologie dann weitergeht, und all den anderen Rest, am Donnerstag erfahrt ihr es bereits um 17 Uhr. Seid gespannt, bleibt an, bleibt dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss, servus, bye-bye, schöne Woche noch und am Donnerstag geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.